OAAD.de, one of a day keeps the doctor away. 7,7 MB groß, aktuelle Versionsnummer 2.1, erforderliche Ende, Versionsnummer 4.1 oder höher. Und bei 1.040 Gesamtbewertung, eine Durchschnittsternebewertung von 3,6 von 5 Sternen. Ihr ladet Bilder da rein, in die App, die ihr geknipst habt. Es ist kostenfrei und könnt dann da verschiedene Effekte hinzufügen. Wie gesagt, nicht in Videos, sondern in Bilder. Im Prinzip, ja, Sticker oder wie man das auch nennen will, was man da hinzufügen kann. Brennende Sachen, Explosionen, Dinosaurier, Raumschiffe, wie auch immer. Das Ganze sieht nicht so wirklich gut aus. Aber für den einen oder anderen Gag hier und da. Und vor allem, wenn man das irgendwie noch, keine Ahnung, mit einem anderen Video-Editor oder Bilder-Editor, verwendet, ja, da kann man schon vielleicht ab und zu mal ein bisschen Spaß haben. Aber der Name der App, der sollte überarbeitet werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye-bye. Das war OneApp-A-Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an. Info at oaad.de Facebook.com Slash OneAppAttack Gplus.deo Slash OneAppAttack Oder eine Ad-Mention an Twitter.com Slash OneAppAttack OláAppAppLife Ph車 Ja muita Acelia Aenses Ministrä juego